Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Eldaria Episode 5 Part Nummer 4 Oh! Was ist das denn? Ist das ein Kappa? Wir rannten zu der Stelle, wo wir die Schreie gehört hatten. Sofort fiel mein Blick auf eine düstere, gewaltige Gestalt, die aussah wie ein von schwarzem Nebel umwölkter Wolf. Weiter! Das Monster schien sich dem Kappa nicht nähern zu können, wahrscheinlich wegen seiner Spitzenschreie oder des Gestanks. Das hielt den Wolf aber nicht davon ab, es wie ein Raubtier zu umkreisen. Weiter! Azeros Gesicht verdüsterte sich und er drängte mich hinter einen Baum, der Bembert uns nicht bemerkte. Weiter! Das ist ein Black Dog, Vito. Wir werden ihn gemeinsam angreifen oder es zumindest versuchen. Was? Aber wir haben gar keine Waffe! Ich weiß. Deshalb bitte ich dich auch, mir dieses Mal dabei zu helfen. Aber sonst bin ich immer nur nutzlos in seinen Augen, oder was? Naja, gerade ist wohl nicht der richtige Moment, ihn darauf hinzuweisen. Okay. Wie gehen wir vor? Hier. Nimm dieses Stöckchen und wedle damit vor dem Vieh herum. Es geht nur darum, ihm Angst einzujagen. Wenn ich dir sage, dass du zur Seite gehen sollst, tust du das. Verstanden? Okay. Weiter! Ezreal trat auf den Black Dog zu und ich folgte ihm. Wir fuchtelten beide wild mit dem Stück Holz herum, um das Wesen zu erschrecken und am Anfang schien unser Plan auch wunderbar zu funktionieren. Weiter! Dann, ohne Vorwarnung, ging der Black Dog auf das Kappa zu. Weiter! Vito, geh nach links Nach links? Aber das Wolf-Dings Geht doch nach rechts Scheiße, was hat er gesagt? Warte, warte, hat er gesagt nach links gehen Also muss ich nach links gehen Nach links gehen Ich entschied mich, Azor Hills Anweisung zu vertrauen Nachdem er ein paar Schritte nach links gelaufen war Hielt der Blockdog inne und kam stattdessen auf mich zu Ich schwang meinen Stock nach ihm Wobei ich versuchte, so bedrohlich wie wirklich zu wirken Schließlich verschwand er zwischen den Bäumen Weiter! Woher wusstest du das? Ich bin in der Vergangenheit schon öfter Blackdogs begegnet Wirklich? Ja, aber das ist gerade nicht wichtig Lass uns nach dem Kappa sehen Ich näherte mich dem Kappa Als es uns sah, rollte er sich zu einer Kugel zusammen Und Azor trat einen Schritt zurück Du liebe Zeit Dieser Gestank ist wirklich unerträglich Es riecht wirklich übel Ich weiß schon Was jetzt kommt Was? Oh, aber nicht doch Ich habe doch von deinem Gestank gesprochen Wie du, nicht von dem Kappa Ich glaube meine Witze sind besser als das Mag sein, aber ich bin vorbereitet Bereite dich vor, wie immer du willst Aber in der Zwischenzeit tu mir einen Gefallen Und nimm das Kappa mit Nein, danke Das ist dein Auftrag Also führe ihn auch zu Ende aus Ich verdrehte die Augen Na schön, ich mach's Ist mir egal Ich weiche immer richtig das Ding anzufassen Ich vertrete die Augen Na schön, ich mach's Du sagst das Hey, Vito Er stürzte auf mir zu Das war schon da nicht viel Helfen wird Mary blieb nicht sehr lange bei mir Der Gestank schlug ihn in die Flucht So, dann gehen wir mal hier Back to the HQ Ich traf Ika Sie sah uns an Und wich einige Schritte zurück Komm mir nicht näher Nein, ernsthaft Ich ertrage das nicht Was? Es übersteigen meine Kräfte Verzeih mir Okay Zentrale Abhalion Refugium von Ehe Marktplatz Halle der Pforten So, und Ich soll jetzt ins HQ zurückkehren Ich gehe mal davon aus Dass ich jetzt in den Kristallsaal soll Als ich in den Kristallsaal trat Hob Miko erstaunen den Kopf Hey Wieso bist du bei Vito? Weiter Das ist ein Geschenk von Ika Was hat sich denn mit dieser Sache zu tun? Weiter Sie hat sie dazu gebracht Mich um Hilfe zu bitten Oh Mein Beileid Ich hörte Miko leise lachen Aber wirklich Hat sie ernsthaft geglaubt Ich ließe dich bei diesem ersten Mal alleine losziehen? Warum war es dir so wichtig Mich in Begleitung zu wissen? Wie ich sehe Habt ihr das Cover gefunden? Ausgezeichnet Sie überging meine Frage völlig Stimmt, aber wir hatten unterwegs auch eine reizende Begegnung Weiter Äh Mit wem? Weiter Äh Mit was? Einem Black Dog Machst du Witze? Er verkniff sich ein Lachen und schüttelte verneint den Kopf Wir hätten auch weiter das Schlimmeres treffen können Ach ja? Auf was zum Beispiel? Noch einen Menschen Hihi Ich warf ihr meinen vernichteten Blick zu Eines Tages funktioniert das vielleicht Ich rufe mir ja leid auch zu stören, aber Weiter Vito, ich muss mit ihm über diesen Vorfall sprechen Bringst du das Cover bitte in die Krankenstation und lässt dich erstellen, dass es wohl aufwürst? Ähm, klar, aber wo ist die? Ich glaube, die kannst du dich verfehlen So, äh, zur Krankenpfustung Ja, gut, wo ist die denn? Da, da oben, ha! Okay, alles klar Ich gelangte zur Krankenstation und wurde von einer sehr schönen Frau empfangen Unwillkürlich fragte ich mich, ob sie ebenfalls zur Lichtgarde gehörte Weiter Sie nahm mir das Kapper ab, ohne sich an dem Geruch zu stören Und setzte es auf ein Bett, um es anzuhören Ich atmete erleichtert auf, als ich endlich nicht mehr so schwer zu tragen hatte Seine Augen blieben gebannt auf mich gerichtet Weiter Aaaaaaah Hey, du siehst nicht mehr ganz so ängstlich aus wie vorhin Ahaha Die ist aber schon klar, dass ich kein Wort von dem verstehe, was du da brabbelst Ich fühlte mich wie eine dieser schrulligen Omas, die mit ihren Zimmerpflanzen reden Die Krankenschwester bat mich, hinauszugehen, damit der Kleine sich etwas beruhigte Meine Anwesenheit schien ihn so unnötig auszudrehen Ich beschloss also, zu Miiko zurückzukehren, um meinen Auftrag als Alleech zu melden Weiter Sooo, dann back to the Kristallsaal Alles klar Wie, du? Du kommst wie gerufen Wir besprachen gerade, wie wir das Kappa wieder nach Hause bringen Was? Das hat Ika gar nicht erwähnt Könnte mir vorher vielleicht noch jemand diese Black Dog Sache erklären? Ähm, okay, wie stellen wir das an? Ich will das über den Black Dog wissen Wie bitte? Du hast so überrascht ausgesehen, als ich von dem Black Dog erzählt habe Und Ezreal auch, als er ihn gesehen hat Warum? Das Thema war zwar eigentlich vom Tisch, aber wenn du darauf bestehst Ich bestehe darauf Hm, Black Dogs sind verfluchte Kreaturen Wenn man ihnen begegnet, kündigt das oft ein Unglück an Ich verstehe Nur, wieso war dir so erstaunt, einen zu treffen? Ich vergesse immer, dass du nicht von ihr bist Sagen wir es so Das hier ist nicht unbedingt ihre bevorzugte Gegend Außerdem begegte man ihn so gut wie nie tagsüber oder in der Nähe von Dörfern Sie sind schließlich Wesen der Nacht Aha! Also das ist wirklich ungewöhnlich Jedenfalls, äh, wie Ika dir zweifelslos schon gesagt hat Ika nickte bestätigend Sie schien sehr gewissenhaft zu sein, was ihre Arbeit betraf Vielleicht etwas zu sehr? Müssen wir die Heimreise des Kappers organisieren? Wir können los, wann immer es dir passt Haha! Ganz so einfach ist es leider nicht Ach nein, wieso nicht? Die Kappers wohnen in einer ganz anderen Region Jenseits des Meers Das klingt nach einer langen Reise Ja, und darauf müssen wir sie gut vorbereiten Es wird uns mit aller Wahrscheinlichkeit einige Tage kosten Wir haben uns also überlegt, dass... Das? Dass du dich in der Zwischenzeit um deine Kappern kümmern könntest Ihr unseres lächelnden Sprachbände Bitte, auch wenn du keine Wahl hast Sag einfach Ja Ich gab nach In Ordnung Im Moment rutet es sich noch auf der Krankenstation aus Bis alle nötigen Untersuchungen abgeschlossen sind Kannst du schon einmal zwei, drei kleine Dinge besorgen gehen? Ganz alleine? Aber nein Wir werden alle unseren Teil beisteuern Aber da wir deine Fähigkeit noch nicht kennen Haben wir für deinen Anfang ein paar kleine Aufgaben übertragen Ich schätze mal, ich habe keine Wahl Du solltest froh sein, dass wir dir das überhaupt zutrauen Uns mehr hilflich zu sein Bin ich ja, aber das ist alles so eine Scheißarbeit hier Kero, besorgst du ihr bitte eine Liste der benötigten Gegenstände? Ika, kümmerst du dich bitte darum, ein Boot und einen Anliegeplatz zu finden? Notiert Ich nehme an, ich soll dafür unsere Freunde kontaktieren Weiter Ja, wenn wir Glück haben, kennt ihr die richtigen Leute Alle verschwanden Um sich um ihre Aufgaben zu kümmern Nun gut Ehrlich gesagt gibt es nicht mehr allzu viel für dich zu tun Ich verstehe das nicht falsch Aber wir wussten nicht recht, was wir dir auftragen sollten Oh, keine Sorge Ich verstehe das schon Sehr gut Erreichte mir einen Brief und eine Liste Irgendwie stehen die hier in Eldaria total auf sowas Also Du wirst sehen, dass es einiges zu besorgen gibt Allerdings kannst du viele dieser Gegenstände am selben Ort kaufen Als erstes musst du euren Proviant organisieren Dafür habe ich dir einen Brief von Miko mitgegeben Es reicht, wenn du den Verantwortlichen in der Speisekammer gibst Dann bereitet er alles für euren Abreisetag vor Und die übrigen Punkte? Es folgen einige Gegenstände zur Navigation Okay, na gut Dann fange ich mal an, das alles zusammen zu suchen Viel Glück wieder Ähm Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zur Speisekammer Nein, tue ich nicht, okay Hey, wie du, warte auf mich Schon wieder aus Atem? Ja, ich musste rennen, um dich zu erwischen Aber du warst doch nur ein paar Meter hinter mir Wie du weißt, habe ich kurze Beine Und wie du weißt, bin ich kleiner als du Heeey Sie zwingt gerade mir zu Weswegen wolltest du mich sprechen? Ich habe gehört, wie Kero dir geraten hat Poreru 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 Nach der richtigen Nahrung für das Körper zu fragen Ja, das stimmt Und? Du wirst ihn heute auf dem Markt nicht finden Er hat seinen freien Tag Und wo ist er dann? In der Gegend Das hilft mir nicht wirklich Tut mir leid Nicht schlimm Ich will hier schon irgendwie finden Okay Also Speisekammer Das habe ich verstanden Ich ging in die Speisekammer Aber dort war niemand Um sicher zu gehen, sah ich mich ein wenig um Aber alles war wie ausgestorben Weiter Als ich das Zimmer gerade verlassen wollte Er hat hinter eine Tiefelstimme aus seiner Andienkammer Wo der Kühlraum sein musste Weiter Wer ist da? Vito Vito Ich kenne euch nicht Seid ihr neu hier? Ja, aber wo sind sie denn? Das geht dich gar nichts an, Kleine Ähm, okay Wissen sie vielleicht Wo ich den Verantwortlichen für die Speisekammer finde? Der ist nicht da Was hast du ihm zu sagen? Sie könnten noch zumindest herauskommen Damit ich sehe Mit wem ich das Vergnügen habe Oder nicht? Keine Zeit Ich habe viel zu viel Arbeit Also Was hast du ihm zu sagen? Miiko hat mir einen Brief Mitgegeben Damit er uns probieren Für eine lange Reise vorbereitet Miiko will dies Miiko will das Solange es umgeht mir auch den Keks Diese Königin Der Nerven segen Okay Miikos Beziehung zu diesem Mann Scheint ja eher angespannt zu sein Und was darf ich als nächstes für sie tun? Ihr neues Kleid nähen Oder noch besser Sie porträtieren Und den hundertsten Gefährten noch dazu? Er fuhr im Nebenraum mit seiner Beschimpfung fort Ich wusste nicht wie ich reagieren sollte Naja Naja Also Ich lege nächstes Mal auf den Tisch hier Sie leiten es dem Verantwortlichen weiter Ja? Aber natürlich Mit dem größten Vergnügen Zu was anderem bin ich ja auch nicht gut Nicht wahr? Ich ließ die Liste auf dem Tisch liegen Und zog mich in Richtung Tür zurück Ähm Also danke und einen schönen Tag noch Ja, ja Bis die Tage Verkauft Was? Was war denn bitte mit dem los? So Bescheuert für alle Gegenstände auf der Liste Ich muss jetzt irgendwie noch auf den Markt Und ein Navigationsset kaufen Muss ich denn hier auf dem Marktplatz Ah Hier auf dem Markt sollte ich alles finden Was ich brauche Ich hätte jetzt nämlich gedacht Dass ich wie bei Sweet Amores Jetzt irgendwie da zum Shop gehen müsste Oder was einkaufen müsste Aber wenn ich das hier kriegte Dann ist das natürlich auch nicht schlecht Ich ging zum Stand eines älteren Verkäufers Der allerlei kleinen Kram anbohrt Und ich war sicher Dort alle Dinge auf meiner Liste finden zu können Weiter Leider teilte mir der Verkäufer mit Dass jemand anderes mir zuvor gekommen war Und soeben das letzte Exemplar gekauft hatte Mist Was mache ich denn jetzt? Ich brauche um jeden Preis Ein Navigationsset Schön Wolltest du mir irgendwas sagen? Ja Ich wollte fragen Ob es nicht seltsam für dich ist Gar nicht zu wissen Wer du bist? Ich weiß genau wer ich bin Nein Was ich meinte war Du kennst deine Spezies gar nicht Stört dich das nicht? Ich sehe nicht Weshalb ich das stören sollte Willst du gar nicht wissen Wo du herkommst? Wollte ich mal Als ich jünger war Warum stellst du mir diese Frage? Ich Ich stelle sie mir selbst Ah Welcher Spezies gehöre ich an? Nicht so wichtig Ich vergiss es Lass uns über was anderes reden Okay? Ähm Das klingt interessant Welcher meiner Vorfahren War eine Furry? Bin ich deshalb hier gelandet? Und wie eigentlich? Was ist mit Äh Vito? Entschuldige Ich muss dir mit meinem Emotionalen Erküssen Gehörig auf die Nerven gehen Nein Es ist normal Sich so viele Fragen zu stellen Nur Weiter Befürchte ich Dass wir gerade nicht imstande sind Die Antworten zu liefern Die du dir wünschst Das hab ich mir schon gedacht Trotzdem ist es frustrierend Nach all dem Feststellen zu müssen Dass ich im Grunde Nicht viel über mich weiß Aha Das trifft doch auf ihn zu Wenn du das sagst Ich bin mir sicher Dass du mit der Zeit Alle Antworten finden wirst Die du suchst Das hoffe ich Danke ich Jedenfalls Dass du zugehört hast Keine Ursache Tadaa Und das war es dann wohl auch mit dem Part Nummer 4 Ich würde nämlich sagen, dass wir jetzt hier Pause machen Damit der Part ja nicht zu lang wird Und dann sehen wir uns morgen wieder Wenn wir dann diese ganzen Sachen von der Liste zusammensuchen Ich freue mich schon darauf So langsam funktioniert das ein bisschen bei mir auch mit den Stimmen Wobei ich jetzt schon glaube ich auch mal gelesen habe und gehört habe Dass ich manchen Personen die gleiche Stimme gebe Also ich muss sagen In der Höhe kann ich leider nicht so viel variieren Ich bin ja froh, dass ich überhaupt so lange natürlich halte Mit der hohen Stimme Ich versuche in der tiefen Stimme zu variieren Das ist für mich deutlich einfacher Was ja auch irgendwie logisch ist Aber Ich gebe mein Bestes Ich versuche mein Bestes Ja Und ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe ihr schaut dann auch morgen wieder zu Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgenabend Oder was auch immer Und wir sehen uns dann Morgen Bis dahin